Soll ich das ganze Haus zum Tanzen bringen? Hallöchen! Heute geht es zum Flyershoot für die nächste Prima Leben in einer Secret Location mit Frank Künster zusammen. Mit dabei heute Sinan, hallo Leute! Und Stefan, hi! Er ist der Fotograf heute und erzählt doch mal was von dir. Wie ist dein Künstlername? Also ich bin 440 Photography. Ich mache hauptsächlich so sensual Portrait Sachen. Aber der nette Jan hat angefragt und nun machen wir heute ein paar coole Fotos. Ja, ich bin mal gespannt. Hast du schon eine Idee? Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal die Location an und dann werden wir spontan entscheiden, was cool kommt. Freestyle etwas, genau. Wir fahren jetzt zur Jung von Haidem und da treffen wir den Herrn Künster. Das ist übrigens der ehemalige Chef vom King Size. Wir machen die Party eben in einer Secret Location am 7. Dezember. Also warten wir mal ab. Wir machen jetzt. Das nennt uns. Was fragt, wir nehmen IndMER Akimäu zu machen. Ich wusste, dass du nicht da, dass du mit der Arbeit raus Ly Een neg Przybrop para! Quarter log eram die Lage, wurden aus, operiert Hallo und hier bist du? Hallo Jan, ich bin Frank. Genau und wir machen die Party zusammen, die wir leben in der Secret Location am 7. Dezember. Stell dich mal kurz vor. Ich bin Frank, ich bin 52 Jahre alt. Bekannt aus dem Berliner Nachtleben. Bekannt aus dem Berliner Nachtleben. Ich bin ein Freigeist und in jedem Sinne, also sexuell, politisch, intellektuell und emotional. Ja, das klingt doch gut. Deswegen passen wir so gut zusammen. Ich bin sehr gespannt. Was machen wir jetzt für eine Party? Was erwartet die Leute? Das kann ich ja nicht sein. Ich auch nicht. Aber irgendwas cool ist auf jeden Fall. Auch das ist Secret. Genau, ja. Aber alle Erwartungshaltungen werden erfüllt. Egal welcher Art. Die ganzen Infos gibt es auf Jan Ehren der Ehe. Auf dem Ehe, nicht der Ehe. Mein der Ehe. Und wir rocken das. Jetzt wird geschudelt. Das ist so richtig. Das werde ich nicht sehn. praticamente mit dunklen digestrios Mai. alles Polettische Machen für euch dort sind livee die Leute in den Regeln das wird geräusche. Das war die die Leute in den Regeln aus Norden. Ich war die proposed pic- doin. auf dem Wettbeinladung- Da geht und grundlegend funktionieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.